Herzlich Willkommen beim Mediale Energetik Podcast. Ich habe heute ein inspirierendes Thema für dich, also dranbleiben. Du glaubst gar nicht, wie vielen Menschen langweilig ist. Und ich verstehe das gar nicht, warum überhaupt so viel Langweile existiert, denn wir haben eh nicht so viel Zeit hier auf Erden. Wenn man sich einmal vorstellt, wir sind dann ewig tot und sind vielleicht 70, 80, wenn es gut kommt, 100 Jahre da. Naja, das ist ja nicht gerade so viel Zeit, um hier die Welt ganz zu erfahren, ganz zu erleben, ganz zu begreifen und sich auch von dieser unendlichen Welt inspirieren zu lassen. Also ich bin Gott sei Dank niemand, dem sehr leicht langweilig wird. Ich habe eher das gegenteilige Problem, dass ich auf vielen Hochzeiten tanze. Und gut, ich kriege auch das meiste unter den Hut, aber ich tanze trotzdem auf vielen Hochzeiten. Aber es gibt viele Leute und vielleicht zählst du auch dazu, denen es hart fällt, sich selber zu motivieren oder zu inspirieren. Und heute möchte ich dir einfach so meine Tipps geben, wie ich mich inspiriere. Das erste ist einmal Klarheit. Und zwar Klarheit, auf welcher Ebene du überhaupt inspiriert werden möchtest. Willst du ein Buch schreiben, also eher geistig inspiriert sein? Möchtest du dich weiterbilden, geistig inspiriert sein? Möchtest du emotional dich entwickeln? Möchtest du dich körperlich entwickeln? Ich finde es immer gut, dass ich mal sage, okay, auf welchem Bereich brauche ich denn jetzt eigentlich Inspiration oder möchte ich inspiriert werden? Bei mir ist immer so ein Thema auch, zum Beispiel finanzielle Sachen, Buchhaltung und so Geschichten. Da muss ich mich immer sehr zusammennehmen, weil das ist so ein Thema, das wäre für mich, wie wenn ich durch die Wüste Gobi gehe. Also was Uninspirierteres und Langweiligeres gibt es für mich eigentlich gar nicht. Und da muss ich mich immer wieder motivieren und suche auch immer wieder Inspiration, eben um Wege, wie geht man mit Geld um? Wie gehe ich mit der Buchhaltung um? Wie übersetzt man das alles? Also wie werden die Zahlen eigentlich auch Realität? Und das ist ja das Faszinierende irgendwie bei den Zahlen, dass die ja eine ganz abstrakte Form der Realität darstellen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Quadrat nimmst und da eine Fläche errechnest, ist dieses Quadrat zum Beispiel, könnte das ein Grundstück sein. Und man kann dann sagen, wie groß kann man da drauf bauen? Oder auch in der Buchhaltung eben, dass man dann sagt, okay, wie schaut denn das wirklich aus mit der finanziellen Realität? Man kann da Prognosen machen, man kann sagen, wo kann ich denn Kosten einsparen? Wo kann ich denn vernünftiger sein? Und da kann man sich einfach inspirieren lassen. Ich gehe für die Inspiration meistens dann zu Leuten, so mental, die sich mit so etwas beschäftigt haben. Das heißt, die auch wirklich dann mit zum Beispiel Kapital zu tun haben, dass man mal ein Buch von Warren Buffett liest oder halt von erfolgreichen Menschen, dass man sagt, was haben die denn gemacht? Wie haben die denn Erfolg gemacht? Wie haben die denn diese berühmte First Million gemacht? Also nicht, dass das jetzt ein Ziel für mich wäre, aber nur, dass man mal wieder ein Gespür kriegt für Geld, für Umgang mit Geld, für Sparsamkeit. Also da kann ich mich inspirieren. Körperlich dasselbe. Man inspiriert sich, indem man sich einfach mit Dingen umgibt. Das heißt, ich beginne Rezepte zu lesen oder neue Gewürze auszuprobieren, versuche neue Lebensmittel kennenzulernen und das auch geschmacklich halt hoffentlich irgendwie hinzubekommen. Also so inspiriere ich mich, indem ich mich neu herausfordere. Natürlich würde jegliche Inspiration sofort abgedämpft werden, wenn ich sage, es passt eh. Das Schnitzel, das ich jeden Tag esse, schmeckt eh gut und die Pizza schmeckt auch gut. Das passt ja für mich. Dann habe ich hoffentlich eine Zufriedenheit. Nur wenn ich eine Fadesse entwickle dadurch, dann sollte ich vielleicht ein bisschen meinen Horizont erweitern und auch schauen, dass ich neue Inspirationen reinkriege. Es hilft auch einfach mal in ein Lokal zu gehen und einfach dort Gerichte zu bestellen, die man vielleicht so noch nicht probiert hat. Also einfach was Neues regt für mich schon die Inspiration an und wenn ich eben weiß, auf welchem Gebiet ich das machen muss. Genauso beim Sport, da schaue ich mir dann halt, es gibt ja YouTube, dann schaue ich mir halt da Videos an von Leuten, die trainieren, die Sport machen und kann mich dann so inspirieren, was alles möglich wäre. Also das heißt, ich bin mir mal da bewusst, dass ich sage, auf welcher Ebene möchte ich denn inspiriert werden. Ich möchte mal Klarheit schaffen. Weil viele definieren das dann überhaupt nicht. Die glauben, naja, Inspiration, kreativ sein, heißt dann immer, ich muss ein Bild malen oder sowas. Und das ist Gott sei Dank etwas, das ich der Welt erspare, dass ich nicht zu malen beginne, das weiß ich einfach. Aber das muss ja das nicht heißen, sondern es heißt einfach inspirierte Lebensführung. Und da hilft es einfach, die Lebensbereiche einzuteilen und da mal zu schauen, wo brauche ich denn vielleicht Inspiration. Das nächste ist, was ich immer wieder sage auch, ist Weiterbildung. Also bilde dich weiter. Das ist dieses Denken, das sich bei uns so verankert. Wir sind mit der Schule fertig, mit der Berufsausbildung und das war es dann. Das ist ja Gift. Wir sollen ja eigentlich die ganze Zeit lernen. Wir sollen neue Dinge erfahren. So bleiben wir jung, so bleiben wir wach, so bleiben wir Schüler und so bleiben wir auch staunend. Und das ist etwas ganz Wichtiges. Hör niemals auf zu lernen. Das heißt, buche selber Seminare. Beschäftig dich mit Dingen, mit neuen Dingen, die dich inspirieren. Mach mal einen Kurs bei mir zum Beispiel. Das ist richtig cool und ist wirklich außergewöhnlich. Oder mach, keine Ahnung, es gibt für alles Kurse, es gibt für alles Online-Tutorials, es gibt tolle Weiterbildungs-, Erwachsenenbildungs-Geschichten. Also schau dir mal das Programm an, auch von einer Volksschule zum Beispiel. Nicht Volksschule, wie heißen die denn? Volkshochschulen. Ja, ich glaube so. Keine Ahnung, Volksschule. Ich blende es dann nachher ein, mir fällt es nicht ein. VHS, natürlich VHS-Kurs. Und da gibt es tolle Programme und da kann man vom Brotbacken über Bauchtanz alles lernen. Und wenn man sowas macht, erstens mal trifft man neue Leute, man kommt in ein anderes Umfeld. Auch das ist schon wieder inspirieren. Und dadurch, wie gesagt, wird auch deine Kreativität, deine Inspiration wieder angeregt, weil du es erlaubst, weil du in ein Umfeld gehst, das dich inspiriert. Mein dritter Tipp ist eben wirklich bewusst machen, mach was Neues, mach was anderes, erforsche dich und hab keine Angst dabei zu scheitern. Wenn du lernst, machst du Fehler und deshalb fangen wir ja an, neue Dinge zu machen. Es geht also nicht darum zu sagen, man muss gleich etwas perfekt machen, sondern hab keine Angst vor konstruktiver Kritik und hab auch keine Angst, dass du mal scheiterst. Denn eigentlich ist es kein Scheitern, sondern es ist ein Weiterkommen und ein Weiterentwickeln. Es ist ein Lernprozess. Und wir haben so eine Angst vor diesem Lernprozess, weil wir aufwachsen und dann irgendwann heißt, wir können nur Einserschüler sein oder ganz besonders gut in etwas sein. Und sonst hat das keinen Sinn. Und das ist aber wirklich ein großes, großes Inspirationsgift zu glauben, man muss immer perfekt sein oder es soll immer alles gleich perfekt sein oder man kann immer alles. Und ich habe da ganz viele Leute, so Klienten bei mir auch, die so eine ganz niedrige Frustrationstoleranz haben, die dann alles gleich wieder wegschmeißen und sagen, nee, das ist Quatsch und das mache ich jetzt nicht noch einmal, weil sie halt einfach mal einen Fehler machen. Oder weil sie das Gefühl haben, das Bild ist jetzt nicht so, wie sie es haben wollen. Oder dass sie eine Farbe, ihnen eine Farbe verrinnt oder so. Aber das ist ja eben der Punkt der Sache. Wir machen Fehler und dann können wir aus diesen Fehlern lernen. Und vielleicht ist es auch einfach das, dass ich sage, ich habe mich mit dem falschen Gebiet beschäftigt für mich. Das falsche Gebiet wäre zum Beispiel, wenn ich sage, ich bilde mir jetzt ein, ein Instrument zu lernen. Okay, und ich habe aber nicht die Geduld, dieses Instrument zu üben. Und da habe ich auch viele Klienten, die dann am Üben scheitern und sagen, ja, und da bin ich dann zu faul. Aber statt dass sie dann einmal nachfragen und denken, ja, ist dann überhaupt Saxophonspielen das Richtige für mich? Wenn ich mich nicht hinsetze. Oder Gitarre, ist es dann überhaupt das? Weil wenn ich diese Kraft nicht aufbringe oder die Geduld nicht aufbringe oder die Liebe nicht aufbringe, zu einer Tätigkeit, mich inspirieren zu lassen und mich damit zu beschäftigen, dann wird es wahrscheinlich nicht das Passende für einen sein. Andererseits ist es natürlich, wenn ich nur in meinem Kreis permanent bleibe, dann stumpfe ich auch irgendwann mal ab. Und deshalb ist es eben gut, sich zu inspirieren, offen zu sein und natürlich auch immer neue Dinge anzufangen. Man muss ja nicht gleich das Rad neu erfinden oder sagen, ich haue jetzt alles hin und gehe auf eine Weltreise. Aber es hilft ja schon mal, zum Beispiel sich in einem anderen Sportstudio einzuschreiben oder überhaupt mal mit Sport anzufangen. Oder eben, wie gesagt, irgendwelche Klassen zu besuchen, neue Hobbys anzufangen. Das kann man ja auch über diese sozialen Medien gut machen. Über Facebook, man schreibt sich in irgendeine Gruppe eine neue und auf einmal kriegt man ganz andere Inputs, was es so gibt. Also, du kannst wirklich grundsätzlich alles machen, das ist ja das Tolle. Aber schau einfach, dass du in deinem Rahmen inspiriert bleibst. Und ein inspiriertes Leben, und das ist eigentlich so die Zusammenfassung, wenn du eine Inspiration hast, wenn du permanent inspiriert bist, dann spürst du auch in dir wirklich diesen Spirit. Du bist in diesem Geiste drinnen. Und da bist du schon mehr in deiner Mitte, und da bist du mehr in der Lebensenergie. Und dann erlebst du mal diese unendlichen Möglichkeiten, diese unendliche Vielfalt deines Lebens. Und das hilft dir wiederum dabei, einfach dankbarer zu werden, offener zu werden. Und durch diese Dankbarkeit und Offenheit wirst du noch inspirierter. Das heißt, es ergibt einfach dann eine ganz positive Energie. Es ergibt einfach eine positive Dynamik. Und diese Dynamik wünsche ich wirklich jedem, weil dann wäre die Welt einfach ein viel, viel hellerer Ort, meiner Meinung nach, wenn jeder einfach dann gut und inspiriert herumläuft. Das größte Gift meines Erachtens nach, zumindest jetzt so in der österreichischen Denke, ist immer die Denke, ich arbeite so lange und dann habe ich die Pension, und dann kann ich tun, was ich will. Und wenn man das immer verschiebt, 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 läuft man irgendwie in einem Hamsterrad. Und das ist eigentlich meines Erachtens nach falsch. Beziehungsweise, ja, tötet es die Energie ein bisschen ab. Es gibt natürlich schon jetzt auch diese Gegenbewegungen, nein, ich will nicht mehr so viel arbeiten, ich brauche ja mehr Zeit für mich und ich möchte mich da entfalten. Das ist ja auch ganz gut. Nur oft fehlt dann einmal so diese positive Struktur auch. Und da geht dann auch was verloren. Also, nur sturheil in die eine Richtung rennen und dann auf der Hand und warten, bis einmal was kommt. Oder sagen, ich will jetzt alles leben, aber eigentlich wenig Struktur und Grundstruktur aufbauen, ist auch schwierig. Das heißt, da wäre ein Mittelfeld sicher ganz zu empfehlen. Ja, das wäre es für diese Woche. Ich wünsche dir inspirierende Momente. Lass dich inspirieren. Vielleicht inspirieren dich ja auch ein paar Videos hier am Kanal. Vielleicht gefällt dir dieses Video. Bitte lass mir einen Daumen hoch da. Abonniere den Kanal. Teile das Video, wenn du jemanden kennst, der sagst, oh, langweilig. Das wäre sehr toll. Ich bin Oliver Erany aus dem wunderschönen Linz und ich bin mediale Energetiker und das ist Energetik, die wirkt. Und wenn du wissen möchtest, was Energetik, mediale Energetik alles ist, dann kling einfach mal dich bei meiner Homepage ein oder schau mal ein bisschen am Kanal und ich wünsche dir viel Freude. Musik 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 Vielen Dank.